Hallo, ich bin Gisa von DIY-Mode und in diesem Video zeige ich dir, wie du so ein cooles Reißverschlussarmband selber machen kannst. Wenn du wissen möchtest, wie es funktioniert, dann bleib einfach dran. Dieses Material benötigst du, wenn du mitmachen möchtest. Ein Reißverschluss, meiner ist 18 cm lang, Schrägband, Druckknöpfe, Garn, ein Reißverschlussnähfuß und auch eine Nähmaschine, eine kleine Schere, ein Piekser und eine Zange für den Druckknopf. Als erstes müssen wir die Klebe, die verwendet wird, um den Reißverschluss zusammenzuhalten, auseinander schneiden. Unten ging das recht einfach. Einfach in der Mitte reinschneiden und oben muss man ein paar Zähnchen entfernen. Man sieht das aber auch sehr gut, wo die verklebt sind. Also das einfach nur wegschneiden, auf beiden Seiten natürlich. Und wenn man das gemacht hat, kann man den Schieber ganz einfach oben rausziehen. Und dann lassen sich die Zähnchen auseinanderziehen und der Reißverschluss wird zu zwei Teilen. Das ist jetzt unser Grundmaterial von dem Armband. Als nächstes nimmt man etwas von dem Schrägband und kürzt sich einfach ein Stück auf die Länge von dem Reißverschluss. Das Schrägband einmal in der Mitte falten. Man kann es auch vorher bügeln. Und dann oben mal so in etwa 1 cm umschlagen und das dann dort an den Reißverschluss legen, wo auch die Zähnchen beginnen und das Ganze feststecken. Das feststecken ist eventuell so schon mit der schwierigste Part an dem Armband. Es würde helfen, wenn man den Reißverschluss einfach vorher schon mal zusammen näht. Das sieht man dann ja auch nicht, weil da dann das Schrägband drauf kommt. Aber ja, könnt ihr einfach schauen, ob es schwierig für euch ist oder ob ihr das gut hinbekommt. Oben legen wir auch wieder ein Teil um. So hat das Schrägband überall saubere Kanten. Und dann können wir damit zur Nähmaschine. Wir brauchen auch natürlich ein Reißverschluss Nähfuß, um das Schrägband anzubringen. Mit einem normalen Nähfüßchen würde es nicht funktionieren, weil wir dann ja über die Zähnchen nähen würden und das wäre etwas schwierig. Jetzt steppt ihr einfach das Schrägband auf den Reißverschluss drauf, rundherum. Und wer es nicht ganz so schlicht mag, könnte sich auch das Schrägband vorher schon mit Zierstichen ein bisschen verschönern. Ich fand jetzt aber die Kombi aus zwei Farben auch ganz schick. Vergesst nicht, ein kleines Stück zu verriegeln, damit das Schrägband auch lange auf dem Armband drauf bleibt. Dann könnt ihr die Fäden kurz abschneiden. Und jetzt müssen wir nur noch den Druckknopf anbringen. Dafür nehme ich den Pikser und steche einfach mal so in der Mitte von dem einen Ende den Reißverschluss durch und bringe dort die eine Seite von dem Druckknopf an. Die Teile sollten möglichst gerade übereinander liegen. Dann steckt man die in die Klammer zwischen diese Plastikteile und muss sehr sehr kräftig drücken, damit die dann auch gut zusammenhalten. So sieht das Ganze jetzt aus. Dann sollte man mal testen, wo in etwa die zweite Seite vom Druckknopf landen soll. Ganz wichtig ist auch, dass ihr den zweiten Druckknopf oder die zweite Seite vom Druckknopf jetzt richtig rum anbringt. Und zwar genau entgegengesetzt von dem ersten, den ihr angebracht habt. Also diesmal nicht von oben den Deckel durchstechen, sondern von unten. Da hilft es auch, wenn man dann auch von unten mit dem Pikser durchgeht. So und jetzt einfach das gleiche nochmal machen. Und dann ist das Armband fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Channel. Sagt Hallo auf Facebook, Instagram und Co. Oder wenn ihr das alles nicht habt, besucht doch einfach mal meine Webseite DIYmode.de. Da gibt es ein Newsletter, dort könnt ihr euch eintragen und auch so würdet ihr nie wieder ein neues DIY von mir verpassen. Bis bald ihr Lieben. Wenn ihr Lust habt, noch ein Video von mir zu schauen, habe ich hier zwei Vorschläge für euch. Auch rund ums Thema Schmuck. Und zwar das letzte Video, wo ich auch ein schönes Armband gemacht habe. Oder eins meiner ersten Videos, ein ganz kurzes, in dem ich zeige, wie man einen schönen O-Ringständer machen kann. Viel Spaß dabei!